Ist ja auch atmosphärisch. Ich höre! Ich wollt grad sagen. Aber ich weiß nicht wo. Was soll das denn? Das ist doch eine Scheiße! Wie kommt er denn hier rein? Es gibt Events. Die Events. Events wo reisen, ey. Warum ist das alles so dunkel? Das Licht auch. Ach ja, wer macht das? Scheiße! Ich kann nicht mehr Tom! Warum steht der denn auf? Alter, was? Entschuldigung, aber was ist das denn? Schnell bevor der Intensity Director wieder loslegt. Vor dem wieder langweilig wird. Vor dem wieder langweilig wird und er anfängt uns ein Monster zu geben. Ich hab mich nicht mitgerechnet! Da hab ich... Die dumme Sau! Ich hasse ihn! Ich kack den vor die Tür! Ich hab die Schnauze voll!